William Reddington Bill Hewlett gründete zusammen mit David Packard am 1. Januar 1939 den US-amerikanischen Technologiekonzern Hewlett Packard. Biografie Er erhielt 1936 seinen Bachelor an der Stanford University und legte seinen Master 1939 am Mid-Up. 1939 gründete er zusammen mit David Packard in Packards Garage mit 538 Dollar ihre Firma. Packard hat sich als Verwaltungsfachmann hervor, während Hewlett viele technische Innovationen beisteuerte. Hewlett Packard wuchs zum weltgrößten Hersteller von elektronischen Test- und Messinstrumenten heran. Später wurde die Firma zu einem großen Hersteller von Taschenrechnern, Personalkomputern, Laserdruckern und Tintenstrahldruckern. Hewlett war von 1964 bis 1977 Präsident und von 1968 bis 1977 Cheo von Hewlett Packard. Danach wurde er von John A. Young abgelöst. Er blieb bis 1983 Vorsitzender des Executive Committee und diente danach bis 1987 als stellvertretender Vorsitzender desselben. 1970 wurde Hewlett in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. 1995 erhielt er den Lifetime Achievement Award des Lemelson-Mitpreis.